Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, nee, Optifine will ich nicht. War halt nur irgendwie, dass ich, obwohl ich die 1.5.1 Version nochmal runtergeladen habe, also bei der 1.5 Version hat es geklappt. 1.5.1 dann nicht mehr. Und ich weiß nicht, war halt, äh nee, die Knochen können auch noch rein. So, und dann gucken wir mal. Und zwar haben wir hier einen Zweier-Eingang. Der Zweier-Breitest meinte ich damit. Und wenn ich jetzt die Frage, ob ich einfach mal hier so, na, mach ich mal, das Tor empacke, da können wir so ein paar, äh, jetzt brauche ich erstmal Stufen, also Treppen. Und zwar genau diese da. Dass man dann quasi so von hier so nach da kann. Und dann baue ich da gleich mal das Tor hin. So, ne? Und dann mache ich erst noch hier, ich mache erstmal nur einen Gang zu dem Tor, den kann man dann später immer noch ausschmücken. Ich denke mal, wir hat das auch so, wird man wahrscheinlich selber schon mal gemacht haben, wenn man Minecraft spielt oder bei anderen gesehen haben. Dann so halt mit, äh, nähter typischen Sachen ausschmücken, so, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht mit diesem Quarz könnte ein guter Kontrast zu dem, äh, Obsidian darstellen. Mal sehen, wie viel noch. Machen wir nochmal zweit rein. Und, äh, dann kommt's da das Tor hin. So, jetzt hätte ich natürlich eigentlich nicht so viel Sia anholen müssen, aber irgendwann wird man das bestimmt mal ausbauen. Kann man nie wissen, also nehmen wir lieber gleich die richtige Version des Portals. Und Schaufel haben wir immer noch nicht. Ich glaube auch, ich sollte mir vor dem Neter eine Schaufel machen. Einfach nur, weil ich's kann, nein, aber für Soul-Set und so. Oh, hoffentlich hätte ich nicht so ein Mega-Lag beim Obsidian und muss da nochmal was abbauen. Das wäre mal mega ärgerlich. Ärgerlich, ne? Da war flint und still. Ah, das sieht auch ganz cool aus, finde ich. Sieht ja aus wie so ein Soul-Send, ne? Mh, sollte ich schon durch? Ach, komm, ich wollte eine Schaufel machen, genau. Weißt du, Sache ist gerade und dann auch schon wieder vergessen. Ach, die Wolle ist jetzt auch immer so schlimm. Ich habe noch eine Eisenschaufel. Ich habe noch eine Schere gehabt, ey. Das ist das Dümmste dabei. Das heißt, mal sehen, wie viele Diamanten habe ich noch. Das, das wollte ich, oh. Äh, Mann, ey. Voll verpeilt und so. Ein Diamanten nehmen wir mal. Zwei Stickis. Geil, mit, mit einem Lär dran. Das finde ich geil. Und bevor ich in den Nähter gehe, hole ich mir da den Diamanten, weil ich denke, man sollte Diamant sein. Das ist also Glück. Das habe ich mal wieder weg, sonst nehme ich noch die falsche. Also ist das hier Glück. Das Türlein noch aufmachen. Macht sich sonst schlecht. Ach, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe mit der Tür hier. Und dabei sogar noch rausgefunden habe, dass es auch einfacher geht. Juhu. Jaja, gewusst wie, sagt der Fachmann, ne? Ne, was auch immer. Ähm. Da. Schnell runter, bevor mich die ganzen Monster hier oben anfallen. Okay, während ich mir den Kopf schoße, trinke ich nochmal einen Schluck. Tut mir leid, dass ich das jetzt des Öfteren machen muss, aber irgendwie meine Stimme und so, ne? So. Ist die Frage, kennt ihr vielleicht irgendein gutes Mittel gegen Halsspärzen? Also, so, sag ich mal, ein kurzzeitiges Überdecken. So, für ein paar Stunden. Ist wahrscheinlich auf die Dauer sowieso nicht gesund, aber gibt's da vielleicht irgend so was? Oder ist das jetzt halt einfach nur so, so, ja, na, halt warmen Tee oder was weiß ich. Keine Ahnung. Oder gibt's halt irgendwas Spezielles? Das wüsste ich mal gerne, ob ihr da irgendwas kennt. Ich weiß jetzt nicht so, was, eigentlich. Aber ich esse mal was. Aber sind wir auch schon. Also, ich bin ja der Meinung, dass das da Diamanten sind. Es sind Diamanten. Wie viele haben wir? Einen haben wir mindestens. Wir haben einen. Mal sehen. Noch ein bisschen mehr. Ich komme hier ein bisschen runter rum ab, damit wir mit dem Wasser auch immer nach unten kommen. Oh, dann nehme ich mal die Effizienz. Zacke. Weil wir da gerade wieder auch, ähm, ein bisschen die angestoßen sind. So. Ist das da noch oder nicht? Ich baue es einfach mal mit dem Glück ab. Fängt zwar nicht. Aber da haben wir noch geil. Durch glücklichen Zufall sind wir doch noch reingekommen. Das heißt also, die Fabrik hat einfach da hin. Ah, nein. Da hin. So, und jetzt, ähm, mit der Effizienz nochmal das hier wegkauen. Ähm, und da drunter hatte ich einen Diamanten gesehen. Also. Ja, mit dem Teil. Mit Glück. Jawohl, da kam diesmal sogar zwei raus. Das ist doch schon mal schön. Und hier kann ich auch erstmal die Effizienz Dinge nehmen. Fängt auch nicht so viel. Kurzes habe ich auf den Händen. Ist immer noch nicht Affinität oder Atmen, Atmen. Ich glaube, ich bin auch gewundert bei Affinität dann doch noch so langsam. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal drei Diamanten mehr wieder. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier noch großartig zu suchen. Also, lassen wir es dabei. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesession richtig viel verschwendet. Aber naja. Ist ja auch erstmal egal. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt nachts rauskommen, was nicht so schön ist. Ich sollte mir auf jeden Fall noch fucking Furneter mitnehmen, weil ich meine, Holz habe ich eigentlich genug und Kohle auf jeden Fall auch. wäre das doch mal ganz praktisch. Knackt macht mein Hals wieder. Fört man sich doch, aber egal. So, wo geht es denn mal hier hoch? Da oben. Hier was. Hier schon. Ähm, ja. Mal sehen. Wie ist die Uhr? Was denn? Es ist jetzt 2.15 Uhr? Aber ein bisschen geht noch. Ich habe gerade voll Lust. Und, äh, ja. Wenn ich Lust habe, dann, dann, dann mache ich das halt auch, ja? Also, verurteilt mich bitte nicht. Lasst mich in Ruhe. Äh, 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 sorry. Boah, ich muss gleich niesen. Nein, nein. Oh, noch nicht? Haha. Äh, kommst du die treuen. Bitte kein Creeper, bitte kein Creeper. Da war schon einer. Wow, wow, wow. Ganz ehrlich, ich habe jetzt echt keinen Bock auf Fighten. Von wenn die KI der Viecher besser geworden ist. Ich will nur noch mein Haierbädchen oder was auch immer. Konfirmierst du rein? Nein, aber eilt euch. Oder lasst es bleiben. Gut, der kommt rein. Skelette schießen sich gerade irgendwie gegenseitig ab. Ich sehe auch schon wieder ein bisschen schön aus. Voll gepfeil, ey. So, wir wollten die... Ich glaube, ich habe trotzdem noch was vergessen. Ohne weiß ich gar nicht. Äh, ich wollte die Diamanten auf jeden Fall ablegen. Äh, erstmal schlafen gehen. Oh, es geht sogar. Ich dachte, wer kommt jetzt diesen Monsters nearby? Ich werde mir mal kurz wieder Tee eintippen, 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 Mensch. Jetzt wird man vielleicht gerade wieder rundherum, wenn ich an der Thermoskanne rumfuchtel. Wer hat oben, die Monster sterben. Jawohl. Warum nicht? Schwuppdiwupp. Ach ja, eine Thermoskanne ist schon eine geile Erfindung, ne? So, schnell wieder zugeschraubt, damit es auch warm bleibt. Sorry für das Standbild. Und es ein bisschen ausräumt, ein bisschen geht noch. Also, hier bei Mobzeugs. Das kann weg. Das kann weg. Die Erde. Dahin. Ich sag mal, die Wolle und Dings ist weg. Schaufel habe ich dabei, gut. Also Wolle und Obsidian. Die Anpackung erst mal zu Sonstiges. Wolle haben wir hinten ja eine Kiste. Und, äh, dann... Ich habe jetzt noch einmal Bock auf einen Nähter. Und was Besonderes, was wir noch hätten mitnehmen können. Nö. Und mal hier ins Inventar. Äh, die Glücksspitzsacke wollte ich ablegen. Genau, ich wusste doch, da war noch was. Jetzt habe ich die Axt, brauche ich auch nicht. Du musst nichts verstellen, die Schere. Naja, eigentlich brauche ich die Schere auch nicht. Also weg damit. Und... dann gucken wir mal. Feuerzeug haben wir dabei. Das finde ich ist extrem wichtig, wenn man in den Nähter geht. Ja, da haben wir es gut. Pfeile, 18er, ja. So. Ich würde niemals ohne Feuerzeug in den Nähter gehen. Das ist echt schlecht. Also, es kann sehr negative Folgen haben. Ähm, das habe ich mal bei... Wem war das denn? Habe ich irgendwo mal gesehen? Oh. Krash. Sag bloß, wir haben ja gleich so ein Erz. Mensch, geul. Und man kann jetzt auch, äh, Nähter... Okay, ich glaube, das Erste ist nicht gerade selten. Man kann jetzt... Geil! XP! Man kann jetzt auch, äh, Nähterziegel aus diesen, äh, Nähtersteinen machen. Das finde ich auch extrem geil. Boah, stimmt, wir haben ja Effizienz drauf, da geht das natürlich richtig ab. Und XP, geil. Neue... Alter! Ich meine, wir haben gerade nur Effizienz 3 drauf... Effizienz 2 drauf. Und es geht schon so ab. Aber das ist ja, diese Nähtersteine sind nicht gerade so mega-stabil, sag ich mal. Wir haben einen Nähter. Nähter Quarz, jawohl. Also kommt auch immer nur eins, was hätte ich... Vielleicht auch mal eine Glücksspitzhacke mitnehmen sollen, aber das könnte man ja nicht wissen. Sieh, schau, sieh, schau, ne? Das heißt, ich habe mal kurz meine Glücksspitzhacke. Hooray! Wir haben auch schon ein paar Glows, sonst dauer, die will ich eben noch nicht abbauen, weil wegen... Und so. So, komm her. Wow, nicht vorbeilaufen. Und hier rein. Und ich muss sagen, es hat gar nicht so geleckten Meter bisher. Ich werde den Bindern nicht groß rumlaufen, aber sonst war das bei mir manchmal so, dass ich einen Schluck getrunken habe. Nein, aber dass ich wirklich direkt hier richtige fette Lecks hatte. So, hier haben wir das Glück. Und dann gucken wir mal, ob das Glück auf unserer Seite ist. Ach, haben wir diese schlechten Mordspiele. Fackeln. Genau, fackeln wollte ich mehr nicht machen, aber den brauche ich in diesem Fall eigentlich nicht. So. Da haben wir schon mal zwei raus. Da haben wir auch zwei raus. Dann nur eins. Na, egal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit diesem... Jawohl. Da hat man einen Quarzblock, Quarzblock. Genau, jetzt kann man ja irgendwie noch an sich mit diesen... Gibt es quasi sogar eine eigenen kleine Fun... Äh, Inventar... Bah! Inventarsortierfunktion von Minecraft umvorgegeben. Das ist jetzt nicht so der Burner, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal. Ah, das ist echt geil, dass unser Portal gleich so ein bisschen geschützt ist da, sag ich mal. Also vor Ghasts auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie die da jetzt so... mega genau trefft sollten. Ah, ich will immer an das Ranzoomen an die Schweinemenschen. Ah, die sollte man halt nicht angreifen. Zumindest nicht, wenn man nicht gut ausgerüstet ist, weil wenn man einen... Also normalerweise sind die ja... Äh, ne, ich brauch Glück. Relativ friedfertig, aber wenn man einen greift, greifen gleich alle an und dann... Dann ist Polen offen, ne? Genau, ja, hier gucke ich auch nochmal mit den Nederziegeln. Ob ich mir dann nicht einfach nochmal kurz so einen Schwung mitnehme. Und, und, äh, fast vergessen, Waypoint setzen. Auch wenn ich nur kleine Touren mache. Waypoint setzen. Ähm, map. Waypoints. Äh, äh, wie nennen wir das? Portal. So. Die Farbe, naja, ist jetzt nicht unbedingt das zum Portal passende. Ähm, aber geht so. So, dann gucken wir mal hier mal hin. Weil, da, ne? Noch ein bisschen... Quarz finden. Quarzernst. Ich würde sagen, nein. So, mal kurz hier reingeschlagen. Äh. Und das Glück. Ausgepackt. Was ich auch gehört habe, es soll ja irgendwie ab bei 1,6 oder so wieder ein paar neue Mobs geben. Aber, naja, da... so weit im Voraus informiere ich mich sowieso nicht. Und ich glaube, was ich gerade noch erzählen wollte, äh, was ich glaube, wo ihr gesehen habt, wie gesagt, bei...